Was? Hey, jemand klopft? Alter, Kackulüm muss das sein? Kackulüm hat meinen Stream gehackt. Ja, es ist wieder Zeit für so ein Video. Hallo und ein herzliches Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video. Viele von euch haben mich gebeten, ein Trolling-Video rauszubringen. Natürlich bin ich dem Wunsch nachgegangen und habe einen Streamer gehackt. Ich habe natürlich keine schlimmen Sachen gemacht. Ich habe ihn ein bisschen getrollt, ich habe irgendwelche Videos abgespielt, irgendwelche Bilder eingeblendet. Wenn ihr wollt, dass ich das gleiche bei größeren YouTubern mache, dann schreibt mir einfach deren Namen in die Kommentare. Wichtig dabei ist, dass ihr dieses Video positiv bewertet habt, dass ihr meinen Kanal abonniert habt und dass ihr in den Kommentaren auch beschreibt, was er so macht, weil ich bin ja nicht allwissend, ich kenne nicht alle YouTuber und auch wenn es richtig Bekannte sind, beschreibt diese bitte trotzdem. Zum Beispiel, das ist ein Reaction-YouTuber, der hat auf dieses, dieses und dieses Video reacted. Okay, genug gelabert, ich möchte das Video nicht auf 10 Minuten ziehen, deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Jetzt ist es bis 22 Uhr. Ja, kurz vor 22 Uhr, war heftig. Bist du gut in Fortnite? Kommt drauf an, was man unter gut versteht. Die Party geht ab, Ausrufezeichen schreibt da rein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wie lange streamst du noch? So lange bis gar können geht's. Ist voll okay. Ich stand auf der Farbe und weil ich gerade so in den Chat geguckt habe, was jetzt passiert, bin ich einfach weitergelaufen und dann einfach runtergelaufen. Nein, ich stream auf jeden Fall noch so lange, wie ich kann, bis meine Mutter halt komplett ausrastet. Es wird einfach so sein, Leute, ich kann es euch predikten, die möchten ins Bett gehen und ich schrei hier rum, weil, oh mein Gott. Ich brauche eine Lärmschutzwahl. Kann jemand mir eine Lärmschutzwand kaufen? Danke, lad mich ein, okay? Ja, du musst mir eine... Was? Hey, jemand klopft. Alter. Oh mein Gott. Gakulum, ich hasse dich. Ich weiß genau, dass du das pisst, ne? Ich habe gerade so Angst bekommen. Er hat sich in mein Ding reingehackt. Glaube ich. Kannst du das bitte ausmachen, Gakulum? Gakulum, ich habe dieses eine Video schon gesehen, wo du das bei dem einen Streamer gemacht hast. Mach das bitte aus. Ach, mach das aus, das nervt. Ich weiß, das geht irgendwie. Das geht irgendwie. Das ist TS-Soundboard. Alter, Philipp? Nein, 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 ich habe gerade wirklich nichts gemacht. Gakulum, schreib mal bitte im Chat. Nur, damit ich weiß, dass du das warst. Weil sonst habe ich jetzt hier richtig Angst. Oh Mann, es fängt wieder an. Oh, Gakulum. Warum? Lass mal auf Mindsucht wieder gehen. Okay. Jetzt. Alter, Gakulum. Gakulum hat meinen Stream gehackt. Ja, es ist wieder Zeit für so eine Video. Es gibt doch einfach die Donation. Habe ich es gemacht? Ich habe die Donation, ich habe die Donation geskippt. Und natürlich tragen solche Entscheidungen. Ich habe die Donation geskippt. Ich habe keine Chance. Ach, Gakulum, bitte. Ich habe keine Chance. Du hast mich getötet. Du hast es geschafft. Leute? Jetzt. Gakulum? Hä? Was sagst du jetzt? Ich habe einfach die Alertbox ausgemacht. Okay. Okay. Gut. Gut. Dann halt keine Alertbox mehr, ne? Ich habe die Macht, Leute. Also, nein, Gakulum hat eigentlich die Macht. Nur ich habe sie jetzt. Nein. Gakulum hat die Macht. Die volle Kontrolle. Nur ich habe gerade Glück gehabt. Ja, Kurzer. Du musst mal zu Bad, was mal kommt. Ich bin in deiner Lobby. Guck dir das mal an. Hier sind einfach so drei Skins. Ja, vom Bäumen. Die genau gerade. Gakulum zerstört dich. Guck, stream. Was? Was? Moment, Moment. Mein Handy, mein Handy. Streamt Gakulum? Laber nicht. Laber nicht. Was? Guck, stream. Jetzt gerade nicht mehr. Eben kurz dein Stream-Hunde-Bild. Oh nein. Gakulum. Er hat... Oh mein Gott. Oh Mann. Hör was? Gakulum kann alles bei mir ändern. Alles. Alles. Hat er geändert? Er kann alles ändern. Was hat er geändert? Oh, jetzt bäh mich ja schon. Nein, er hat irgendwie gerade... Alter, LePlex. Ja. Gakulum zerstört mich. Ja, ich hab's gesehen. Habe ich was verpasst? Ich war kurz essen. Ach nein, wir haben nur das halbe CDU-Video angeschaut von Rezo. Donald Trump und Donald Trump. Oh Mann. Aber ich habe erst mal jetzt gerade die Kontrolle. Jetzt habe ich sie gerade noch. Ey, jetzt kommt da so ein Trump-Bild. Donald Trump ist im Stream. Was? Was, was, was Donald Trump... Oh Mann. Gakulum muss das sein. Ich hoffe doch nicht mal so lange Zeit, meine Mutter. Stream halt eingestellt. Ja schon, das ist mir schon klar. Aber wie ist es mit den Zahlenmethoden? Weil du hast doch keinen Paper oder nicht? Doch, ich habe Paper. Aber ich darf es eigentlich nicht haben, aber... Pssst. Das, was jetzt im Stream ist, muss deine Mutter zeigen. Jetzt schon wieder. Verstehe. Warte mal, warte mal. Ich sehe noch nicht mal, was im Stream ist. Also, ja mal. Scheiße, hat's wieder rausgemacht. Scheiße, was standet da? Warte, jetzt kommt meine Mutter. Jetzt geht's los. Oh Mann. Ja? Was ist? Ja, ich nicht, weil bei mir ist gerade ein YouTuber mit 143.000 Abonnenten im Stream. Ja, aber es kann sein, dass er später noch... Ja, das spendet eventuell. Ja! Von Uhr. Also von Uhr. Ich habe ungeverstanden. Nein. Ich weiß nicht, ob ihr kennt. Und dann habe ich gesagt, halt so, ja, ich finde das voll unfair, dass so kleine YouTuber mich dann einfach überholen, obwohl ich das halt schon länger mache. Und... Ja, was unfair war, was Paluten gemacht hat mit Shia, Neutrale Gorken. Das war unfair. Free For God bei Durchrasten.de Darf ich deinen Schnitt-Ausschnitt in deinem Stream-Ausschnitt in meinem Video verwenden? Äh, ja. Darfst du, darfst du. Darfst du, darfst du, darfst du. Untertitelung des ZDF, 2020